Herzlich Willkommen bei S1 von VerbauTV Kurzes Update von K13 Schalung sieht vollständig angelegt aus Vielleicht braucht es noch ein paar Stützen Und dann kann betoniert werden Von der Renovierung vom Bonatsbau Sieht man hier außen auch schon einiges Nämlich ein Gerüst mit Baustellenaufzug Wir hatten ja auch schon Mittwochsbetonagen mit Weißbeton Sind wir mal gespannt was morgen passiert Ansonsten schätze ich Samstag Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Ciao